Zocker Morde Herzlich Willkommen zurück zu Amnature Die Schönheit hat uns ja jetzt hier platt gemacht, ich weiß nicht warum, es ging mir alles ein bisschen zu schnell Aber wir haben die Stäbe, die vier Phasen Amplitudinstab und den Trinity Dampfstab So, dann sagen wir gehen jetzt mal zurück und ich hoffe wir laufen uns nicht wieder hier bei mir Er ist da, auf jeden Fall Das Leckermäulchen Ich würde sogar vorschlagen, wir gehen hier hinten hin Wir verstecken uns einfach mal hier, wa? Aber, 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 ist doch scheiße, weil Kauß Wir in der Dunkelheit sind und dann, äh, verrückt werden Richtig irre werden, Leute Möchte ich den hier abwerfen, den kleinen Affen? Geh weg, ich hab einen Stein Häh, 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 häh Frag mich nicht, wo der ist, hä? Geh mal auf der Left Side Hüh, der ist aber verschwunden Ich hör doch nicht mal Oh, ich wollte noch Mein weiß ja nie, ne? Rauschen wir mal los Professor Teller war der, war der Zweite, für dessen Tod er aufgrund seiner Neugier verantwortlich war Tja So, ich glaube hier sind wir erstmal wieder safe Oh, na doch nicht Oh, na doch nicht Oh, das hat sich ausgebreitet Oh Da Ihhh Was bist du für einer? Was war so schön hier Jetzt ist einfach nur alles, bäh Ihhh Ich glaube im Maschinenraum war das, ne? Da muss man rein, ja genau Da muss man die Schäbe noch reindrücken, na Ja, ja So war das Ne? Ja Dann hämmern wir das einfach mal rein Da Wir müssen einen runter Ich hoffe wir haben hier noch unsere Ruhe Ah, hier Warte mal Warte mal Ja, aber ich will Äh Vier Phasen, ja wo kommt denn das rein? Ach, dann macht er automatisch, ne? Oder? Ne Achso Ja Funktioniert das jetzt? Warte mal Wir checken mal die Lage hier Ist nur noch zwei Stäbe für die Aufzugsmaschinerie übrig Ich kann diejenigen stark gestiegen und lassen die anderen oder so Ja, ich weiß nicht So, ja, ich weiß nicht, ob die richtig sind jetzt hier Soll ich jetzt da runter gehen oder was? Gucken wir mal mal, ob die Maschinerie angeht, ne? Gucken wir mal, dass sie ja In Gang kriegen, die ganze Geschichte Feuere ich im rennen Oh Gott, hier nö, genug Aber ist doch falsch gemacht Trinity 3 Vier Phasen Vier Phasen Mal gucken mal Weg Weg So Ich glaube, er ist einfach nur falsch reingesteckt Okay, wir nehmen jetzt den Vier Phasen Er kommt da rein Dann nehmen wir Kreislauf Kreis Kommt da rein Und dann nehmen wir den Trinity Alle Stangen sind an ihrem Platz Jawollo So, gefällt mir das Und wie immer wieder voll der Sherlock, ne? Und jetzt drücken wir hier nochmal rein Jetzt müssen wir nochmal hier laufen Die Putze Es dreht sich, es dreht sich Jawoll Jetzt Sollte der Aufzug wieder Oha Hier geht, hier geht, hier geht Ah, ah Geht das an, ey Diese Seuche Greift an Da muss ich lang Ja, toll Da sieht sich auch voll die Packung hier Er atmete schwer Und versuchte nicht zu schreien Doch der Medizinschrank war umgeworfen worden Und lag zerbrochen auf dem Boden Er griff durch die zerbrochene Glastür Und griff nach allen Beruhigungsmitteln Die er finden konnte Aber das kennen wir ja auch schon So, schön Wuhu Okay Mal schnell abhauen hier Oh mein Gott Abfahrt Sir William Smith War markiert worden Er konnte nicht wissen Dass dieser junge Mann Den er vor einigen Tage getroffen hatte Einen solch schrecklichen Schatten warf Okay Mal weiter Und tiefer Die ganze Action Nur damit der Fahrschulung unterfährt Das war das Ende aus Die Bediensteten Die Bediensteten mieden ihn Dennoch wusste er Dass sie da waren Sie rauchen alle nach Gewürzwein Ein geheimnisvoller Duft von Nelken Und Seilbeilag in der Luft Absteiger alter Aromstoff freigeschaltet Aber gut, dass mir nichts passiert ist Wenn ich die Beine gebrochen habe Okay Dann gehen wir weiter Da hat wieder Blut auf dem Boden Das war doch hart gelogen, oder? Aber es steht auf diese Löwen hier Ich mach jetzt nie ein Voll Käse Aber sonst liegt ja nichts rum, ne? Wenn wir ein bisschen Lampenöl brauchen So ist das nämlich Versteht ihr das? Und ich komm auch nicht mehr hoch Bin hier voll gefangen Ich hatte jetzt so eine Panik Ich bin voll angeschissen Vor allen Dingen Sollen auch Gefangene sein, ne? Oh, Alter Machen wir hier ein bisschen in die Ecke So Jetzt will ich auch gut durchkommen Ich mach auch mal raus Kleine Kanthülser hier Ist das auch so schwer? Den können wir werfen Gehen wir auch nochmal weg hier Oh, Alter, weißt du? Hörst du das? Hier ist so ein bisschen dunkel Bleib mal hier schmeidig Oh, mach kurz nochmal an Schauen wir mal vorgestalber Hier haben wir einen Reinbein an Gucken, was so passiert Lampenöl machen Das hier irgendwie wegmachen? Ne, ne? Oh, alles vorschieben hier Ich sag, was rauskommt Den auch nochmal mitnehmen Ich hab nicht gehört Im Dunkeln ist gut Munkel Hier kann ich anderen machen Oh, der wird schnell Verpiss dich, Junge Hau ab Huh Der wird mir geben Der Lappen Oh, ja, da schieben die Dinger weg hier Ja, da ist er Kannst du den Fahrstuhl einmal reparieren Ja Wo rennt der? Flinker als gedacht, der Kollege Müssen wir mal hier warten Wie sieht das denn nicht aus hier? Kopf drönen und die Hände zittern Eine Wunde blutet ziemlich stark Ja, dann Das geht noch Kein Leben Als hab ich auch keine Lampenöl mehr, Alter Das ist richtig scheiße Dann läuft das Vieh hier rum Kack, Nervensäge Bis ich auch erst Scheiß Augen lang gewöhnen muss Bevor es bisschen heller wird Da ist er Dann lass ihn da mal hochschrapfen Oder machen Ist okay Die wollen wir mal hier lang Wie ich nix sehe Na gerade Nimm hin da Ich will nicht so lange im Dunkeln hängen So Mal über die Lampen an, ey Überall die Funzeln Kann ich den abwerfen, den Affen? Scheißegal Mal über die Lampen an Überall die Gefangenen hier, Alter Oh, hier ist eine Kerze Was ist das denn? Hammer Kann ich jetzt wegkloppen, den Typen? Ziemlich dußer hier, ne? Ruhiger werden Denn sie wissen nicht, was sie erwartet Äh, ich will an die Reihe Äh Oh, Lampenöl Ja, akkurat Wollen wir nochmal gleich auffüllen Die ganze Geschichte hier Oh, oh Wie, wie viel Geht hier ab Das ist doch da hoch Dann läuft dann da Vollidiot rum Oder? Wo bin ich denn hier, Alter? Warte mal da Da genau Da gehe ich weg Oh, da steht was Wir sehen Zellenbereich 1 Es gibt also mehrere Zellenbereiche Toll Und wir drehen hier mal mehr durch Das muss ich hier hoch erst mal Lampenöl Nur für mich Das Öl her Ja, ja Ja, ja Was ist das in hier? Wo ist sie? Wo ging sie hin? Nein! Hotel! Ich werde dir nie sagen! Sie machte nur Dinge schlimmer. Schau, das ist kein Ort für eine junge Mädchen oder sich selbst. Sie könnte sich verletzt oder schlimmer sein. Es gibt keine Ahnung, welche Horrors da draußen erwarten. Okay. Meißel, haben wir einen Meißel! Kombiniere, kombiniere, kann man es kombinieren? Haben wir einen Meißel? Werkzeug zum Schneiden von Steinen. Mal kurz das Lämpchen an. Glaub ich auch. Glauben wir nicht haben, wo dieser Idiot noch rum? Glauben Sie kommen? Bitte, wir haben keine Zeit, um die Schmerzen zu machen. Sie sind gekommen. Sie sind gekommen. Ich werde den Schmerzen. Ich werde den Schmerzen mit dem Schmerzen. Ich werde den Schmerzen. Alles wird nicht gut. Ich versuchte dir. Oha! Oha! Und ein paar Leute hier fangen halt mal an, oder? Mann! Gut. Oh, mal ganz kurz zu hier, die Butze. Ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht rein. Wuhu, der kommt hier rein! Mann, akkurat weggehauen, ey. Keiner hier! Bleib locker! Keiner da! Da ist er. Der Kollege. Okay, dann machen wir mal einen hier. Okay, der wird wahrscheinlich jetzt hier so ein Kreis rumlungern. Okay. Gut. 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 Gut, Leute. Gut. 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 Alter, hier läuft irgendwas richtig riesen, megagroßes rum. Uhuhuhuhu! You're looking for me! Dann lassen wir da rumlatschen, dann gehen wir mal schnell runter, ja, he, he, he. Kleiner Wichser. Ah, jetzt bin ich hier unten, stimmt. Warte mal, ich muss mir mal gucken, was wir hier machen, ne, Leute? Kann ich hier vielleicht was machen? Oh, der muss da in diese Zelle wieder rein, mal erhalten. Und jetzt mal anwenden da. Da komm ich auch runter. Da komm ich auch runter. Uhuhuhu! Ich schieb das Bett davor. Da ist ein Löchli, Alter. Aber ist auch kein Problem. Dann machen wir das drei! So, Leute. Gehen wir mal an den Nordblock. Aber das machen wir mal in der nächsten Folge. Sag mal so, vielen Dank fürs Einschalten, ne? Ab in Nordblock. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.